Hi Leute und Willkommen zurück zu Conker's Bad Furry. Ja, das Mais kann man sich jetzt wieder triggern. Das ist schwierig hier. Wem soll ich das bringen? Ich gehe mal da auf die B-Plattform. Willst du es einem Typen da drin bringen? Irgendwie nicht. Ähm. Oh. Wohin muss ich es denn bringen? Da, okay. Gut. Es schreit nicht mal um Hilfe. Es schaut einfach nur. Und weg ist es. Okay. Brutale Scheiße. Ich habe hier einen Maiskorn gebracht. Da kann ich nichts tun. Noch nicht. Da kann ich rüberfliegen. Ich muss bestimmt noch mehr Mais bringen. Komm her. Ja, du kommst noch. Keine Angst. Nochmal eins. Da gibt es keine Katzin mehr. Komm her. Und schon erwischt. Und schon erwischt. So, irgendwie muss man hier alles immer dreimal machen, damit etwas Neues getriggert wird. Habe ich so das Gefühl. Und du. Okay, das reicht immer noch nicht. Ähm. Gehe ich hier weiter. Da kommt Kacke runter. Da auch. Links. Was ist hier? Da ist Geld. Ich brauche doch noch ein bisschen Mais. Da bist du. Kommt schon. Wovor habt ihr solche Angst? Au. Hat er mich voll erwischt? Zwei auf einmal. Aua. Ich schneide sie erst weg. Gut. Das ist fies, dass ich da nicht besser mich verteidigen kann. Also. Nein. Ich bin ersoffen in der Scheiße. Verdammt. Das war nicht gut. Ja. Äh. Falsche Taste. Natürlich machen wir weiter. Das war jetzt ein bisschen umgeschickt von mir. So wie ihr es halt kennt. So. Jetzt wissen wir zumindest schon was wir tun müssen. Nochmal eins. Nochmal eins. Das kann ich auch überspringen. Dann dauert es ein bisschen weniger lang. Gehen wir hier weiter. Die ersten paar habe ich ja so gut hingekriegt. Und dann plötzlich. Hey. Wo wollt ihr hin? Gehen wir hin? Au. Dich brauche ich gleich noch. Ich brauche das dann, Kumpel. Geh weg. Hand. Du störst. Weg. Gut. Du bist jetzt mir entgegen. Ja kommst du. Ich bin doch schneller als das Vieh. Komm schon. Doch nicht. Ich muss sie noch treffen. Das ist so das Hauptproblem. So. Komm jetzt mit Mais. Warum auch immer hier in der größten Scheiße Maiskörner umherhüpfen. Mit Augen. Sind das die Brüder von den Käse-Stückchen oder wie? Wahrscheinlich schon. Da war nur das Geld. Da war die Scheiße am Tampfen. Da kommt wieder nachher an. Wie viele Hände hat das Vieh eigentlich? Dass der unten lebt. Schnell weg. Mann, da hat er mich noch erwischen können. Jetzt erwischt er mich gleich nochmal. Ich sehe es hier viel zu eng dafür. Okay, da ist eines. Davon getroffen worden. Das ist auch gut. Da fehlen dann nur noch zwei. Da ist wieder einer getroffen worden. Weißt du nicht, ist das die Idee, dass die von neben da getroffen werden? Ja. Als von mir. Kann das sein? Okay. Jetzt haben wir beide getroffen. Ich dachte, er steht jetzt wieder auf, aber irgendwie doch nicht. Dann haben wir denn das noch. Geh jetzt mal weg, Hand. Und das habe ich wieder nicht. Au. Ich sterbe schon fast wieder. Ja. Super. Wie will ich da ausweichen? Wie? Ich muss ein paar Schokoladestückchen einsammeln gehen. Aber nicht runterfallen. Bloß nicht. Zum Glück liegt hier in der scheiße Haufenweise Schokolade rum. Von den Leuten, die die Schokolade nicht essen, sondern schlucken. Warum auch immer. Muss man ja nicht verstehen. Ist jetzt die Hand? Ach, da ist sie. Nein. Nein. Toll. Nochmal das Ganze. Was so lustig war. Oh, Mensch. Es macht mir solchen Spaß, immer wieder dasselbe zu tun. Woher kommst du her? Ich meine, die ersten paar sind ja noch leichter bei der letzten drei. Hallo? Geht es eigentlich irgendwie noch? Das muss ich auf engstem Raum die Dinger schlagen und dem Typen zum Fraß vorwerfen. Und dann greift er mich auch noch an. Und die Hand. Wie konntest du mich jetzt da noch erwischen? Predikst du oder was? Da ist mal wieder einen. Dass ich auch alle machen muss. Das ist doch kacke. Da dachte ich jetzt schon wieder, dass er mich erwischt. Jetzt hat er das Maiskorn erwischt. Sehr gut. Vielen Dank. Hey. Warum bleibst du nur so kurz liegen? Au. Hey. Jetzt trifft er mich eben wieder. Ja. Das war klar. Sollte er das Ding erwischt. Dann muss ich es quasi nur noch aufheben. Und wegschmeißen. Gut. Ey. Fall da bloß nicht wieder rein. Bloß nicht. Es ist immer so, wenn die Kamera so ein bisschen dreht. Genau so. Dann weiß ich wieder nicht, wo ich lang rennen muss. Und dann erwischt es mich plötzlich. Oh, das ist noch keine Hand aufgetaucht. Ich habe den erledigt. Aber bis ich bei dem bin. So, zum Beispiel funktioniert das. Ja, ja. Aber der letzte wird eben ziemlich tricky. Jetzt kommt wieder die Hand. Ach, nee. Okay, jetzt ging's. Plötzlich. Das sind alle, die ich hatte, Typi. Was ist jetzt? Oh, oh. Wer bist du? Wer zum Geier bist du? Du bist ekelhaft. Sind das deine Hände, die mich da angegriffen haben? Ne, du hast ja nur zwei. Ja? Willst du mir jetzt was vorsingen, du? Ich bin das, ich bin. Ich bin ganz, der Mann. Und ich werde mich schlafen. Ich werde mich schlafen an dich. Ich werde mich schlafen an dich. Ein großer Shack von mir aus meine Schocklautten ist. Ich bin so ganz schön. Das ist doch so schön. Ich werde mich schlafen. Ich nehme die Scheiße an den Kopf. Was muss ich da tun? Ich trage alles, was ich habe. Jetzt. Werf doch. Wer werft es nicht? Irgendwie geht es. Ich habe keine Ahnung. Wieso kann ich das nicht werfen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie. Irgendwie, wenn der sinkt, muss ich doch das werfen. Aber mit welcher Taste? Moment mal. Mit Z natürlich. Natürlich was mit Z. Frisch Toilettenpapier, du Scheißhaufen. Okay, natürlich was mit Z. Ist das ein Urwurm? Ja, ich habe... Kaviar? Macht jetzt alle meine Plattformen kaputt? Kacke, Leute. Blöde Scheiße. Die Kamera ist nicht mein Freund. Hör mal auf damit. Sing mal wieder. Ja natürlich jetzt. Wo bist du? Das ist immer so schön. Ich stelle mich beschissener an als zuvor. Kann das sein? Es ist bestimmt wieder so. Ich bin doch gesprungen. So, jetzt hör mal wieder auf damit. So. 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 Okay, ich muss noch mal da. Okay, die Plattform lässt er mir jetzt. Offenbar. Aber hat er es gefressen, oder nicht? Jetzt reicht's dann mal. Singt doch wieder. Das ist doch so eine schöne Stimme, Mighty Poo. Jawohl. Der war doch genau drin. So wie der. Okay. Jetzt ist er wütend. Ich hab Angst. Now I'm really getting rather mad. You're like a niggly, tickly, shitty little tag nut. When I've knocked you out with all my bap, I'm going to take your head and ram it off my butt. I'm going to take your head and ram it off my butt. Scheißhaufen. Du wirst mich nicht... Habt ihr das gesehen? Ich hab'n. I'm going to take your head and ram it off my butt. I'm going to take your head and ram it off my butt. Ich hab'n. 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 Of course you wanna try and ram it off my butt. Ich hab'n. Hey. Ich hab'ne mich glücklich on my butt. Einional herringlich Police administrator. Sie haben ganz englisch Pillename andere gemacht. Jetzt hat er genug. Geh da hoch. Das wird mir die Kohle krallen. Auch wenn ich ihn noch mehr kaputt machen müsste. Ich krall mir jetzt noch die Kohle da hinten. Und dann werde ich mal Pause machen für diesen Part. Dann erledigen wir diesen Typen beim letzten. Ja da bist du Kohle. Das ist Bondoli. Ich hab die Spieler gesagt. Du verfluchtes Eichhörnchen sieh was du getan hast. Was für eine Welt. Wie er guckt. Tschüss. Weg mit dir. Hab ich ihn einfach runter gespült. Ja und da geht's offenbar im nächsten Part weiter. Wir sehen uns dann. Tschüss Leute. 急 mit der Höhepen von der ein